Großbritannien will der Ukraine jetzt tatsächlich panzerbrechende Uran-Munition liefern. Die britische Staatsministerin für Verteidigung, Annabel Goldie, sagte am Montag in London, dass ein Teil der Munition für die Challenger-2-Kampfpanzer, die Großbritannien in die Ukraine schickt, abgesichertes Uran enthält. Ohne diese Uran-Munition, die Panzer und Panzerungen leichter durchdringen könne, gäbe es gegen die russischen Panzer T-72, T-80 und T-90 kein Durchkommen. Abgereichertes Uran stellt ein besonders hohes Gesundheitsrisiko in der Nähe der Einschlagstellen dar, kann doch der hochgiftige Feinstaub in die Lungen und lebenswichtigen Organe von Menschen gelangen. Nicht auszudenken, wie ganze Landstriche in der Ukraine durch diese Uran-Munition verseucht werden. Und wie reagieren die Grünen? Sie schweigen. Obwohl in Deutschland beispielsweise Uran-Munition für die Leopard-Panzer streng verboten ist. Und auch von anderen Entscheidungsträgern des Westens hört man keinerlei Unmutsäußerungen. Dass große Territorien in der Ukraine kontaminiert und unzählige Menschen krank gemacht werden, nehmen sie offenbar in Kauf. In Russland freilich blieb das britische Vorgehen nicht ohne Reaktion. Verteidigungsminister Sergej Shoigu sagte nach Bekanntwerden der Entscheidung, Londons Uran-Munition an die Ukraine zu liefern. Es blieben nun nur noch wenige Schritte bis zu einer nuklearen Kollision zwischen Russland und dem Westen. Shoigu meinte, natürlich hat Russland darauf etwas zu antworten. Ebenso verurteilte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sakharova, die Pläne Großbritanniens. Sie verwies darauf, dass die Uran-Munition Krebs verursache und die Umwelt verseuche. Untertitelung des ZDF, 2020